Servus. Ja, schönen guten Tag. Was denkst du, wie ist das Klima in Afrika? Kalt. Wie bist du auf unsere Webseite gestoßen? Lange Geschichte, zu kurz wird jetzt vorbei. Wenn du zärtlich bist zu deiner Freundin, rauchst du davor oder rauchst du danach? Danach. Das letzte Mal? 2010. Nimmst du Hilfsmittel? Bitte? Was passiert danach? Was danach passiert? Äh, Rente. Was muss bei dir in jedem Film vorkommen? Ähm, Sex. Mach mal bitte ein auf doof. Ähm, ähm, Sören, Jan. Was los, Jan? Warum kleben sich Menschen auf die Straße? Weil es einfach lustig ist. Welche Filme schaust du am liebsten? Ähm, traurige Filme, wo Hunde verschwinden. Was ist, Jan. 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 Was